So, jetzt habe ich mal ein Problem hier. Juhu, wir können wieder zurück. Alter. Dieses Ding. Ja, sehr schön, sehr schön. Mir geht es auch gut. Wir haben Wochenende. Ich bin hellauf begeistert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Nach der ersten langen Woche wieder arbeiten. Was gibt es denn alles bei dir, Papa Bär? Moin, Red Devil. Einen schönen guten Abend. Nee, mit dem EA-Support habe ich noch nichts zu tun gehabt. Ich glaube, der ist genauso gut wie der Twitch-Support, der Steam-Support. Ich weiß nicht. Also, gerade EA, von denen halte ich sowieso nichts. Warum hat das so ein Problem, Red Devil? Lass mich doch einfach nur zu meinen Sprinkleranlage. Ey, das wäre so schön, wenn wir die da erreichen würden, ne? So, schon mal nicht. Das wäre zu weit. Wobei, das sind die letzten, ne? Warte mal. Wir drehen die einfach. Dann belieferte ich den ja mich jetzt von unten. Das ist einfacher. Glaube ich. Weißt du, das sagt er jetzt so. Nein, scheiße. Ähm, nein, das wird doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Sorry, Leute. Ich bin gerade hier voll wieder in-game drin. Ins-game-drin-drin. Das lässt dich aber nicht her. Schreib doch einfach an, Red Devil. Also, ne? Den Support. Ja, nice, Papa Bär. Da kannst du ja mal in Ruhe zocken, wa? Sehr schön. Ähm. Oh, 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 oh. Nein. Baumstumpf im Weg. Alter, das Spiel macht mich kirre. Wie willst du denn alle Bäume hier retten, wenn du kein Wasser dahin kriegst? Ups. Ey, das Spiel ist geil. Ist ja Faktorio-ähnlich, ne? Aber das ist echt fies schwer gemacht hier. An den Bäumen vorbeizukommen. Da hoch. Das wird so geil. Was ist? Bleibt doch so. Ach, der Baumstumpf gibt es nicht frei. Okay. Pass auf. Das reißen wir wieder ab. Nein. Halt aufzubauen. Ah je. Okay. Hast du schon mal mit denen Support-mäßig zu tun gehabt, oder was? Dass du das weißt mit den 24 Stunden? Also da kommen wir schon mal nicht hin. Mist, ey. Okay. 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 Gut, die können wir schon mal abreißen. Wir können die jetzt eigentlich nur versetzen, weil... So. Wir kommen ja sonst nicht hin. Also, ähm... Papa Bear, es lohnt sich auf jeden Fall. Das Game. Wie gesagt, Faktorio-ähnlich. Und es macht genauso einen Spaß, wie wir die eigentlich lassen können, ne? So komme ich da nicht hin. Alter. Ja, auf jeden Fall kein Holzproblem. Aber warum geht Stein denn nicht? Ich weiß nicht. Ah, okay. Ach, Mist, 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 Mist. Müssen wir irgendwo anders Steine abbauen? Was haben wir denn hier? Ja, Stein, Kupfer. Müssen die Drohnen halt jetzt mal ein bisschen ackern, ne? Basaltstein, okay. Was ist mit den Sprengeranlagen? Finde ich schon mal ziemlich geil. Das ist das erste Mal, dass wir das hier so fertig gemacht haben. Davor sind sie uns immer die Wälder ausgegangen. So, was ist hier? Ich habe auch noch nicht fertig gebaut, okay. Na, Stein ist halt das große Problem, ne? Joa. Okay, der will. Das ist aber mies, ey. Ne, aber kann ich dir, wie gesagt, nicht weiterhelfen, ne? Ähm, das tut mir leid. Ich habe mit EA noch so gar nicht mich in Verbindung setzen müssen. Deswegen Stein konnte der auch nicht fertig werden. Jetzt haben wir Eisenmangel. Ach, Mist, ey. Alles geht gerade dem Bach runter, hier. Was ist da? Oh, da kommen wir drunter. Okay. 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 Jetzt müssen wir ein Radar in der Nähe bauen. Wow. Na gut. Nicht überredet. Na, so langsam kommt's. Oh, oh, okay. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Manchmal ist dieser Stein halt auch die letzte Rettung, ne? Ah, nun mal nicht mal. Blow up. Guck mal, wie viel der kaputt gemacht hat. Okay. Okay. Das war's jetzt mal großartig mit Stein. Den Rest muss gleich hier. Building upgrade, Nils. Das tut mir leid. Oh, das hab ich aber hier jetzt richtig kacke gebaut. Vielleicht reißen wir das ab und dann bauen wir nochmal neu hier unten weiter. Nehmen wir noch Platz. Also los, Claudia. So, Eisen am Ende, Stahl am Ende, Electronic Parts am Ende. Hier jetzt. Ach du Scheiße, jetzt hab ich echt ein Problem. Ich kann nichts mehr fertig machen. Mist. Problem halt, Eisen, ne? Ich hab aber keinen Stahl mehr. Das könnte jetzt problematisch sein. Ja, können wir schon ganz vergessen. Können wir eigentlich nur auf einen Meteoriten warten, der uns Eisen bringt. Oder ich reiß irgendwas ab. Zum Beispiel euch. Nichts gebracht, weil die einfach nur geplant waren. Und nicht ausgebaut. Tada! Tja, 18 Sekunden gesperrt durch den Bot. Ah! Hat geklappt, ne? Neustart. Wie hat er das denn jetzt fertig bekommen? Wo ist denn jetzt das Stahl hergekommen? Für den Ausbau. Ja, das ist jetzt natürlich auch geil. Dann! Oh, ja, ja. Ich bin ja. Ja, ja. Schreie, ich bin ja. Ich bin ja. Ja, ich bin ja. In ja. Untertitelung des ZDF, 2020